Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Monsieur Claude und sein großes Fest. Wer Teil 1 und Teil 2 noch nicht gesehen hatte, soll jetzt bitte einmal auf Pause machen, denn es gibt Spoiler in diesem Teil natürlich, die sich auf den ersten beiden Teilen beziehen. 3, 2, 1, wer jetzt sich abgeschaltet hat, ist selber schuld, wenn er gespoilert wird. So, worum geht es? Ja, die Töchter von Monsieur Claude haben sich gedacht, zum 40. Hochzeitstag ihrer Eltern, wäre es doch genial, wenn man ein großes Familienfest machen würde. Nicht nur mit den Töchtern und deren Männer und Kinder etc. Nein, sondern auch noch mit den Eltern von den Schwiegervätern. Und ja, das wirft natürlich so eine oder andere Komplikationen auf. Die einen freuen sich darüber, die anderen freuen sich weniger darüber. Andere sind recht normal und umgänglich. Andere sind schon wieder so ein bisschen einzigartig in ihren Charakteren. Ja, das ist eine recht interessante Mischung auf jeden Fall. Ja, und die Eltern wissen davon nichts. Monsieur Claude und seine Frau wollten eigentlich ihren 40. Hochzeitstag ganz in Ruhe und so weiter, ganz gemütlich beim Gläschen Wein feiern und so, keinen großen Hickhack oder sowas haben. Nein. Da wurden die gefragt. Nein. Das ist eine Überraschungsparty. Und ja, genauso überrascht wie die Party waren die auch. Also ich muss sagen, also ich habe zum Vorfeld Monsieur Claude 1 und 2 geguckt, weil ich die Filme nicht kannte. Und mir haben beide Filme super gefallen. Also ich mag diese französische Komödienreihe von denen. Und Teil 3 ist da auch keine Ausnahme. Also ich habe mich köstlich amüsiert. Die wichtigsten Personen vom Cast sind alle wieder dabei. Der Humor ist genauso geblieben. Und ja, da braucht man nicht viel zu sagen. Das ist alles so, wie es sein sollte. Und ich finde das krass, dass der Schauspieler, der Monsieur Claude spielt, damals um die Jahrtausende Wende bei der Realverfilmung von Asterix und Obelix, den Asterix gespielt hat. Und den erkennt man ja gar nicht mehr wieder. Also das ist auch so eine Sache, wo ich sagen musste, joa, interessant. Und ich finde auch so, die Storys passen immer noch in diese Zeit rein. Weil es ist so wirklich noch so ein bisschen, ja, Vorurteile, dies, das, hast nicht gesehen und so. Und manche Vorurteile sind mehr oder weniger wahr. Und ja, also, ich finde, die treffen da genau den Nagel auf den Kopf. Und die machen das, stellen, die werden sich natürlich ein bisschen überspitzt da, ein bisschen übertreiben sie da auch so. Aber alles auf dem Niveau, wo man sagen kann, wohl, das kann man, darüber kann man definitiv lachen. Man muss das alles nicht immer zu ernst nehmen und auch nicht jedes Wort immer auf die Goldwaage legen. Und ja, was ich von diesem Film halte, beziehungsweise welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung von meinem Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop, alles was ihr braucht. So liebe Filmfans. Ja, also ich muss sagen, kurz zusammengefasst, die Story wird wunderbar weitererzählt. Die neuen Charaktere, die reinkommen, sind einfach genauso bunt und durchgewürfelt und interessant, so wie die Schwiegersöhne auch sind. Teilweise vielleicht sogar noch ein bisschen over the top, aber total super. Der Humor ist genauso das geblieben. Die Thematik ist auch immer noch gleich, aber nicht dadurch langweilig. Das muss man ja auch schaffen, ewig ein gleiches Thema zu haben, aber nicht langweilig zu werden. Der Humor ist super, passt alles auf den Punkt und ja, die haben sich da alle wieder richtig tolle Mühe gegeben und vor allen Dingen, dass der Cast auch weiterhin bei den wichtigen Rollen vollständig ist, ist doch auch sehr, sehr gut. Ja, was gebe ich dem Film? Ja, also ich habe mich köstlich amüsiert. Von daher gebe ich den Film zwischen vier und fünf Totenköpfen, weil der einfach hundertprozentig genial ist. Der ist einfach richtig gut, aber man muss solche Komödien halt mögen. Für manchen ist er was, so für mich. Also ich habe mich köstlich amüsiert, für andere ist er vielleicht ein bisschen weniger was, aber hundertprozentig gut gemacht. Da kann man nicht meckern. Ja, das war die Filmbewertung für diese Woche. Was ich nächste Woche gucke, weiß ich noch nicht. Da muss ich erstmal mal wieder in meinem schlauen Kalender gucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.